hey leute willkommen zu einem video heute spielen wir wieder mal roblox ich habe schon ein bisschen vorgespielt als ich habe drei dinge schon gefunden die waren ganz einfach drei von 96 ich habe das ja auch gerade frei gesperrt wir gehen mal rein und guck mal als erst mal die mit der arke der braun im kopf dort in die m so der minen arbeit wirklich müssen 6 05 r zu finden oder so viel ernsthaft an eine war ja doch einen hand ja doch einen hand ich dachte ja ich glaube nicht dass da drin eine ist okay wenn die alle nur jene miede sind es ist noch okay da oben ist ein spiel ich dachte eben was ist das da gebe ich später rein wenn da überhaupt was drin ist besteht hier man hat mich das runterfallen erschrocken also dieses runterfallgeräusche geht mir doch nicht so ein herzinfarkt an leute ich habe mich so erschrocken gerade hier kann man drauf wie kommt man da drauf achso ernsthaft man wieso wieso immer so was schweres ach nee warte man 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 Ah, komm. Dann lassen wir das lieber auch hier mit. Dann gehen wir lieber zum Spawn und gucken, was es hier gibt noch. Missing Stickman! Ich habe das Gefühl, dass man hier rein kann. Ja! Labyrinth! Labyrinth! Hm. 6. Hm. Labyrinth! Labyrinth! Vielen Dank. Leute, ich mache mal gerade einen Speed One, um den zu finden. Wieso mache ich eigentlich einen Speed One darüber? Wieso? Ich habe jetzt wirklich so lange für einen Speed One gebraucht. Meine Mühe ist das schwer. Ja, gut. Mal gucken, wo wir hier weiter... Da ist einer! Hm. Ich komme ja weiter hoch. Oh, ach, ich bin blind. Hier ist ein Jump One. Okay, das lassen wir auch mal an dieser Stelle mit dem... Da habe ich jetzt keinen Bock mehr für eine Stunde lassen. Den Vulkan wollen wir jetzt auch nicht. Oder... Vielleicht wollen wir doch den Vulkan... Ich hasse diese Geräusche. Hm. Hätte man sich auch vorher denken können. Da ist einer drin. Da ist einer drin. Aber ich habe einen Magma gefunden. Hauptsache... Ernsthaft? Auf dem Vulkan... ...verteilst du Getränke? Ernsthaft? An einem Vulkan... An einem Vulkan... ...verkaufst du Limonade? Das mache ich auch in den... Ja, Leute! Ja, Leute! Hier kann ich jetzt noch 5 Stunden Urlaufen. Ja, bravo! Ich habe ja so... Wie bin ich da runtergefallen? Manu... Egal! Was ist das? Hm. Hier ist irgendwas komisches. Egal. Hier ist irgendwas komisches. Gut, auf dem Vulkan. Haben wir nicht mehr. Dann gehen wir in die Schneewild! Ich liebe Schnee. Ich liebe Schnee. So... Hier sind wir... An der Seite! Jetzt muss ich hier den ganzen Weg nochmal hoch. Leute, wir sehen uns gleich, wenn ich es geschafft habe. Leute, ich versuche es gar nicht erst. Es ist so unmöglich. Aber Leute, wir sehen uns gleich, wenn ich da ganz oben auf der Spitze bin. Leute, wir haben einen Weihnachtsmahl gefunden. Hm. 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 Ist egal. Leute, damit würde ich erst mal die Folge beenden. Hm. Haben wir irgendwen hier? Ne. Wir haben diese alle Stigments. Das sind alle Stigments, die wir haben. Hm. Kaming Stigments, Difficult Charge Stigments, Immunaden Stigments, Normal Stigments, Rating Stigments, Santa Stigments, Confuse Stigments und Magma Stigments. Lass ein Like, Abo da, wenn ich noch mehr finden soll. Ich glaube, dieser Frauen-Stigments wird auch im Winter-Video sein. Ähm. Lass auf jeden Fall ein Like, ein Abo da. Für mehr. Aber ich sehe gerade. Hier ist... Ernsthaft. Warte kurz. Leute. Hey, das geht nicht. Hier. ich hoffe es hat gefallen aber nicht vergessen für noch mehr wir sind beim nächsten mal wieder leute ein moment kurz wir haben noch mehr wir haben den 1k 1k visiten 10k visiten 100k visiten und eine millionen auf jeden fall das waren alle die wir heute gefunden haben aber nicht vergessen für noch mehr als wenn die hier die unten sind auch noch finden sollen aber ich finde dafür für die erste folge zwölf stück ist schon wieder besser und schaui gaui